So, dann können wir fast wieder schrecken. Wir brauchen ja gar nicht so hart ran. Mach ruhig. Lassen wir uns ein bisschen abtreiben. Was schaffen wir denn für einen Kurs? Was haben wir vorher? 300 und? 20, 301. Jetzt 217. Schau mal, ein Wendewinkel, ein Rad. War nicht schlecht. Ein bisschen Strom steht hier bestimmt. War nicht richtig, das war noch kein Rad. Vielen Dank.